Videopost von Grausini Du machst mit ihnen was du willst, Geldhauen zudrehen, Kanäle und Videos unauffindbar machen, alles scheint erlaubt. Die großen Kanäle, die belohnst du, nicht weil sie gute Inhalte produzieren, sondern weil sie dir Umsatz in deine Taschen spülen. Nur wenn es gar nicht mehr anders geht, dann stoppst du vorübergehend unmögliche Typen wie Logan Paul, von dem ich immer denke, dass der sich tagtäglich sein Gehirn selber fistet. Doch wenn sich die negative Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gelegt hat, holst du ihn wieder zurück an deine nähernden Zitzen. Ach, leck mich doch, Toni Krausini Ich bin einig, 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 ich bin einig. Untertitelung des ZDF, 2020